Isolation Berlin fassen sich auf ihrer neuen Single Kurz und Besingen, private Probleme, deren Kern sie lieber für sich behalten, für die Regie des Musikvideos zeigte sich Niklas Zainer verantwortlich. Darin zu sehen, die vier Bandmitglieder um Sänger Tobias Bamborschke, dessen Lockenkopf und Antlitz an Bob Dylan gegen Mitte der 60er Jahre erinnern. Das farbenfrohe Video konterkariert die thematische Schwere des Songs, toben sich die vier doch beim Rodeo, im Bällebad und beim Kartfahren aus. Schließlich mündet der Kindergeburtstag im Verzehr von, wie sollte es anders sein, Chicken Nuggets. Für das Cover der Single ist der Berliner Künstler Yannick Riemer verantwortlich, der schon seit ihrem Debüt die Platten der Band gestaltet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020